Hallo und herzlich willkommen zurück zu Entschraudet mit mir, der die ganze Zeit mindestens eine Stunde rumgequatscht hat und nicht auf ihn nochmal hat. Aha, richtig geil. In der Zwischenzeit habe ich mir eine Quest geholt und wir sind gerade auf dem Weg zur Quest und, äh, naja, und einen Backofen habe ich mir gebaut. Ich war mir ganz sicher, dass ich auch Hufenarm gedrückt habe. Naja. Ja, ist ja nichts Schlimmes passiert, also... Ihr habt eine Nacht verpasst. Der Finsternis und ich halte Backen des Kühlschrank... äh, Kühlschrank... des Backofens. Die Tasche habe ich noch nicht. Ähm, ist aber eine Mache, weil ich habe nämlich offline... Nein, da habe ich ja der doppelt offline gemacht. Ich habe nämlich auch, äh, Salz gefarmt. Genau, das ist, was ich sagen wollte. Ich habe auch noch Salz gefarmt. Nur das Leder braucht 300 Jahre, bis es fertig ist. Wie ist das, die Zeit habe ich euch auch gespart. Bin heute total in Sparlaune. So, gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ey, was machen Sie da? Oh, gut, bitte. Na, toll. Naja, gut, aber dafür sind wir wirklich diesmal vorbereitet. Also, guck mal hier. Ich habe auch Essen so ein bisschen mit bei und so, ne? Also, das ist mehr als sonst. Aua. Ah. Das ist die beste Vorbereitung, die wir bis jetzt hatten. Eine Rolle. Ich bin ja aus der Rolle. Voll in der Rolle. Oder so. Nette. Stoff. Ich habe gelben Stoff gefunden. Der gelbe Stoff. Stofftet oder stofftet nicht. Und ne Kiste. Mit Bandagen. Voll krass. Äh, ich habe das doch eingesammelt. Also, ich bin der Meinung. Was stehtet eigentlich aufgesammelt haben? So, die Tür ist verschlossen. Warum ist die verschlossen? Das ist ja total verschlossen, ist denn da. Was ist hier drin? Nichts. Wir haben nichts. So, warte mal, hier. Oh, warte mal, hier ist auch noch. Ne Runde nichts. Ne, da ist ne Kiste. Würde ich jetzt nicht sagen, dass es nichts ist. Geh kaputt. Geh doch. Schlafe eh gerne im Freien. So, jetzt hab ich das einsam mit, ne? Ja, hab ich. Alter, das geht mir aber jetzt ganz schön gegen den Strich. Alter, ich hab das... Hey, du Fledervieh. Äh, dass ich da aufgenommen hab und das... Also, gedacht hab, dass ich aufgenommen hab und nicht aufgenommen hab. Nicht halt. Aber gut, jetzt hab ich das auch... Hallo, Mr. Drache. Aha. Hast du die gedacht? Aha. Aha. Haben wir das Werkzeug? Ingelsten. Hier, dann samm ich aber das auch jetzt einweichelt kann. So, und dann haben wir das jetzt auch durch. Das find ich ganz gut, dass wir das durch haben. Dadurch haben wir das durch. Kann wieder nicht aufhören. Alter, meine Nase, die ist schon wieder... Mann, ey. Hau ab, du blöde Nase. Oh, gib mal das drüben. Ist auch nochmal ein Nest. Vielleicht lohnt jetzt sie ja. Weil ich habe hier nix Großes, die kriegt. Und darin komme ich hoch nicht. Ja, komm her, du. Geh dafür, du. Was ist mit dir los? Hast du einen Anfall, oder was? Oh, jetzt hab ich einen Anfall. Jetzt bin ich mich runtergefallen. Wo ist er hin? Da ist er! Mann. Ich wollte mir aus Joke so mäßig sagen, ich bin heute noch ja nicht gestorben. Haha. Ja, toll. Zum Glück habe ich das nicht erwähnt. Weil das wäre nach hinten hoch. So, warte mal. Hier ist ja nix. Nein, 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 nein. Jawohl. Na gut. Ey, hier ist eine Kiste. Lass mich doch mal da hoch, Mann. Da lag doch Zeug. Aber nix. Das war nix. Nix wert. Na gut. Haben wir das hoch? Ich kicke jetzt nochmal schnell hier nach, ob hier drin was ist. Nö, ist nix. So, gut. Jetzt sind wir ja hier. So, ich hab das eigentlich gesammelt. Was ist denn das denn? Ach, und ich hab die anderen Questen angenommen. Die sind mir auf dem Sack gegangen. Nochmal ein Obelisk. Wo ist denn der? Der Obelisk ist 700 Meter in... Na klar. Na klar. Na klar ist der hier oben. Ne, ist er nicht. Wo ist er denn? Ist der in Bewegung oder hat? Hier? Aber den hab ich doch gesammelt. Moment mal. Aber den haben wir doch schon. Ich denk den jetzt von der Bühne. Ey, warte. Habe ich gemacht. Also noch mehr anschauen kann ich mir den nicht. Da, siehste. Keine Ahnung, was ich machen soll. Es sollte fortfahren, aber es fährt nicht fort. Das ist kacke, der funktioniert nicht. Warum kann ich das jetzt nicht weitermachen? Ich hab mir jetzt den Obelisk mir angeguckt, aber der funktioniert nicht. Ne, ist auch keiner. Ich hab jetzt überlegt, ob der überlegt worden ist und ich muss ihn jetzt nochmal neu suchen. Weil das ist da hinten. Da hinten ist auch noch ein Absprecherpunkt. Vielleicht ist es ja das, was ich letztes Mal gesagt hab. Das hier hinten. Das war da doch durch müssen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, aber er zeigt mir jetzt die Villa, dass ich mich entferne. Standort oben. Ah, vielleicht hier unter irgendwas? Ich buddel mich unter den Obelisken. Denn da wird der geile Scheiß sein. Nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das wäre so geil, wenn es wirklich so ist, das wäre nicht geil, das wäre dumm. Also rein theoretisch müsste ich auf der anderen Seite schon langsam rauskommen. Was hab ich da? Vielleicht hab ich mein Ziel ein bisschen verfehlt. Also, ich hab den Obelisken gefunden. Da passiert aber nichts. Ich glaub, mein Obelisk ist kaputt. Oder ist das jetzt wegen den Steinen, dass ich das nicht abschließen kann, weil das ja die Veränderung nicht zulässt? Ich mach mal die Flamme weg. Ups. Weil ich das ja hier drückt hab, aber da passiert ja nichts. Da erneuert sich ja nichts. Gar nichts. Nada, niente. Niente popente. Ah, jetzt ist er weg. Tjo. Dann würde ich mal sagen, mein Obelisk ist Fritte. Also, ich verstehe nämlich nicht, was ich hier machen soll. Ich bin mir ab, Scotty. Oh, ich glaub, ich hab was gefunden. Irgendwann schon was war da gewesen. Und ich hab das Ding abgebaut. Da ist was unten. Habt ihr das gesehen? Hab ich das richtig gesehen? Ich glaube immer ja, ne? Jetzt ist das Problem, wie komm ich jetzt da hin? Ich hab das Ding abgerissen. Warum passiert mir denn so was? Also, wenn du das isst... Ach, Mann, ey. Komm doch jetzt da nicht mehr hoch. Gut. Ich hab's ja eh mal geschafft, also schaff' ich auch in's Witte mal. Kein Problem. It is alles gut. Also, irgendwas war da... doch unter. Unterhalb. Habt ihr doch auch gesehen, oder? Ich hab mir das jetzt nicht eingebildet. Jetzt muss ich erst mal gegen mich da hochkomme. Mal wieder. Oh, hier ist ein Weg. Is it my way? Oh, das ist ein blauer... Blauer Truppe, ja. Na, hier kommst du nicht hoch. Wodern wir den da? Ach, der ist ja mal wieder da. Ist mir jetzt auch real. Ich hab's ja eh mal hier rum, und dann, das war da aber auch. Das ist ein Weg. Ellen Weg. Geh mal, da hast du ja auch dann den Turm. Vielleicht sollte ich mir wirklich erst mal um den Turm irgendwie kommen an. Aber ich weiß nicht, wie ich da rüberkomme. Hä? Moins. Mann, ihr blöden Viecher. Älter, das kann doch nicht wahr sein, dass sie genau in diesem Moment kommen und stören. Stören meine Konzentration. Das Nichts-Sterben. Blödem Viechzeug. Sag mal, kannst du mal den richtigen Treffen, du Hannes? Oh, oh. Ja, lass die mal in Ruhe. Nimm mal ein bisschen Lebensenergie. Du könntest die brauchen. So. Na ja. So, warte mal. Hat alles ein Ende. Viechzeug. Kruppzeug. Bin nicht gestorben. Darf ich das nochmal festhalten? Ich weiß zwar selbst nicht, wie das passiert ist, aber die sind fritte, ich ja nicht. So, wie gesagt. Ich bin jetzt an überlegen, ob ich nicht hier da rüber erst mal irgendwie rübersegel oder so. Aber das klingt schon wieder so, als ob das keine so gute Idee ist. Ging's mal, Alter, das ist ja nicht so weit. Aber das hab ich letztes Mal auch gedacht. Aber wir wissen ja, wie das passiert ist. Ich glaub, ich muss irgendwie da hinten... Nein, da hinten kommst du aber auch nicht ran. Ich kümmere mich mal kurz um das eine und dann um das andere. Also, ich versuche mich drum zu kümmern. In Ruhe. Du flieh hier, Vieh. Oh, oh. Hat er gehört. Ui, 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 ui. Ich spür da so eine Aggression. Oh, na. Oh, oh. Nicht gut. Immer noch nie gestorben. Ja, schon. Jetzt sollte ich wirklich weg. Äh. Muss ich denn jetzt hin? Da lang. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist ja ein schön angestrengtes. Da, seht ihr. Irgendwie muss ich da an der Seite oder so. Ich hab da irgendwas gesehen. Ich... ...schweiß es nicht. Irgendwas war da. Beim Runterfall hab ich mir was eingebildet, das gesehen zu haben. Aber er sagt ja da oben, nicht da unten. Wenn ich jetzt mich da runter buddel, dann sagt er ja will er da oben. Das ist ja wie das meine. Oh, da unten hab ich irgendwas gesehen. Schwesnisch. Vielleicht hab ich mich so getäuscht. Aber ich sollte sehen, dass ich immer genug Energy hab für den Sturz. Der kommen wird. Das ist alles bloß eine Frage der Zeit. Oh, oh. Na, na, bumm, die Fete. Oh, oh. Aber ich seh immer noch ne... Seh jetzt immer bloß den Ding hier unten, den Pnügel. Okay. Okay. Na ja, vielleicht hab ich's mir auch eingebildet. Das ist ja auch möglich. Ich seh bloß den Pnügel. Da, seht ihr? Ich hab... Ich hab doch was gesehen. Hab ich doch gesagt. Ich hab aber nicht gesagt, ob das was vernünftiges ist. Ich weiß es nicht. Ich hab nur gesagt, ich hab was gesehen. Ja, seht ihr? Ich hab nicht gelogen. Das ist die Frage, ob mir das hier jetzt was bringt. Na, gehst du bezweifeln. Ich hab aber nicht gelogen. Also, haben wir immer was gefunden, was nix ist. nix haben wir gefunden. Was denn da? Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hab schon wieder was gefunden. Ah, den Ausgang. Gut, also, äh, das, was ich gefunden hab, ist, äh, nichts wert. Ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Schönen Tag. Der doofe, sie kommen jetzt auch nicht mehr hier hoch, wa? Der Ding ist durch. Ja, gut, kipp mal, der sagt ja auch, ich soll nach oben. Schaut mir nicht auf meinen Arsch. Wo soll ich denn hier hin? Spiel. Ist das ein Bug, oder was? Kann das sein, dass das Buggy ist? Äh, äh, ich geh mal den ganzen Weg nochmal von vorne. Nee, mach ich nicht. Ich wollt ja eh mal sterben. Ne Feuer ohne Tod ist wie ne Feuer ohne Tod. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder wat? Ich bin jetzt bei uns gespawnt. Willst du mich verarschen? Du willst mir sagen, dass hier nicht irgendwo, äh, in der Zwischenzeit irgendwo ein Punkt war, der näher dran gewesen wäre, als der Punkt hier. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? So, ich musste hier hinten lang und dann da hinten rum, dann da rüber und dann da ist nämlich eben so ein Punkt. und da ich ja hier lang gelaufen bin, hier ist nämlich auch noch ein anderer Punkt. Und nicht der schon wieder. Schönen guten Tag. Nee, du, ich hab keine Zeit. Kein Bock und keine Zeit. Ja, ja. Ups. Oh, jetzt hab ich kein Schwein. Wo war denn der Punkt, den ich mir eingebildet hab? Bin ich hinten lang oder bin ich hinten rum? Da, seht ihr? Daran bin ich vorbeilaufen. Da hätte er uns zurücksetzen müssen. What is happen? Und da haben wir jetzt, äh, da haben wir vorhin angefangen, aufzunehmen. Wunderbar. Ach so. Hallo, Mr. Drache. Du, ich hab dich ja nie gesehen. Aber muss auch nicht. Warte mal. Bin nämlich schon ein bisschen aufgeregt, bin ich ja. Oh, oh. Oh, oh. Und ganz kleine Bisse. Kleiner Dreck, ja, du. Und das ist schon wieder Nacht. Okay, okay, okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo kriegt mein Stuff her? Der muss ja da 500 Meter. Was war denn? Nicht eben. Es stürmte, habt ihr die gesehen? Schon wieder. Stürmte mich an. Ich bin schon wieder gestorben. Ich hab echt gedacht, das wird heute mal schaffen und tot. Aber es sollte nicht sein. Jetzt fragt mich, wo ich hier bin. Jedenfalls nicht da, wo ich sein sollte. Warte mal, ich mach mal kurz sonst ein bisschen Licht an. Ich hab ja noch eins. Das hab ich ja noch. Eins haben wir ja noch. Ach so, hier ist die Brücke. Es ist die Brücke. So, warte mal. Gleich mal Waffe umstellen. Das hatte ich auch gesagt, ihr habt, der Tod war umsonst. Und ich hab's jetzt nochmal erwähnt, weil ich ne weiß, ob es denn in der Aufnahme drauf war oder nicht. Ah ja. Na ja. Dann holen wir uns mal unseren Staff. Alter, wie ich sag, ein Positivet hatet. Ich hab abgekackt. Also verkackt. Aber ich krieg wahrscheinlich meinen Rucksack. Weil das Leder dürfte in der Zwischenzeit fertig sein. Siehste, und hier war ich auch gewesen. Das ist der zweite Speicherpunkt. Ihr hättet zwei Möglichkeiten gehabt, um uns abzusetzen. Der freche Absetzer, der... Und ich frag mich, warum ich außen rumgelaufen bin. Hätt ich nicht da auch... Ich könnte auch da hochlaufen können, oder? War das nicht so? Ich glaub, das war so. So, jetzt muss ich erst mal kicken, wo mein Scheiß ist. Der ist da oben drauf. Da. Ich bin von der Seite gekommen. Ich hätte aber da lang laufen können. Hatten wir doch alles schon gehabt. Oh, die Erkenntnisse heute des Tages. Die sind schwer. Das ist da hinten. Na, unsere Seite sind nicht. Hoff ich doch. Was ist denn das? Das hat gelb geleuchtet. Hab das gesehen. Ganz genau hab ich das gesehen. Bestick mal festhalten, ja? Was ist denn das da hinten? Eine Riesenmordsblume, oder wat? Sieht fast danach aus, wa? Na ja. Na ja. Heute mag kein Erfolg. Er ist ja nur ein Teilerfolg, weil ich ja nicht weiß, was ich machen muss mit den Obelisten. Der lässt sich ja nie aktivieren. Und ich kann diesmal sagen, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber ich wollte nicht. Ich hab aber jetzt, bin ich, äh, zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auf jeden Fall da oben will, also ein Ding hochsetze. Also wenn ich mir das jetzt nochmal bauen kann, setz ich das nochmal da oben hin. Ja, das werd ich nämlich machen. Ja, das hat mir die ganze Zeit hochkraxeln und sparen können, wa? Wahrscheinlich muss ich wirklich da irgendwo hin, da so. Aber das wird mir nie angezeigt. Irgendwas von dieser Art und Weise wird das sein. ganz sicher. So, ich geh jetzt hier lang. Wann das hier belagert? Was soll denn das? Nee! Du Kacke... Ey, sag mal, du Kackevieh, du. Ich mach dich weg. Was ist denn davon? Was, was, wer, wo? Das war an der Ding. Der Boden hat sich bewegt. Warte mal, ich versuch mal hier ein bisschen außenrum. Nee, die lassen ihn nicht außenrum loben. Ja, ja, du mich auch. So, lass mich jetzt raten. Das Zeug liegt da unten irgendwo. Oh, da ist es. Naja, warum denn nicht? Hä? Da ist es doch. ist ja nicht so schwer. Sollte man rankommen. Die kommen jetzt auf die Idee, die hier runter zu krachen, Alter, dann krach ich zurück, Alter. Hab dich. Aber, da ist doch nichts. Seht ihr da irgendwas? Ich seh da nichts. Könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben. Also, wie ihr sagt, ich seh da nichts. Ich will jetzt bloß nach Hause. Achso, ich wollte ja das Ding noch mal setzen da oben. Naja, dann mach ich das diesmal nicht. Nö, mach ich nicht. Nö. Kein Bock. So, ab nach Hause. Kicken, ob das Leder fertig ist. Tasche bauen. Wenigstens ein Teil erfolgt. Da. Das ist schon fertig. Das sieht fertig aus. 30 Stück. Also hat er das auf jeden Schlaf fertig gemacht. Ich habe gedacht, der macht das genauso wie die anderen auch. Alles einzeln. Gut, dann hab ich noch nicht gesagt, weil das hat wirklich sehr, sehr lange, hat das gedauert. Da seht ihr? Ich hab die Beine getrennt. Die liegen mir auf den Sack. Nee, mit dir quatsch ich nicht. So. Ha. Mehr Loot. Jetzt muss ich bloß noch hinkriegen. Nicht nur mehr Loot, sondern auch weniger Tod. Achso, das ist das, was ich, das ist das Chemiezeug, was ich gefunden hab. Also, wo ich noch nie aufgenommen hab. Warte mal, fünf. Ah, ah, ah. Setz ich jetzt bei ihm hin, dann muss ich ja doch mit ihm quatschen. Ja, siehste. Ja, du sagst es. Aber ich hab jetzt keine Zeit. Na gut, Leute, dann würde ich erst mal sagen, das war für heute gewesen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und, äh, wir sehen uns morgen wieder selbe Stelle, selbe Welle. Hau ins Rinn, ich bin raus. Tschüüüü!